Freitag 29.12.2017, 10.40 Uhr, drucken Nutzungsrechte-Feedback-Eif, typeof-adi, gleich undefinit, adi.adi, brandet-schandl-teaser, Spiegelwissen und Spiegel Online helfen Ihnen dabei, sich besser gegen Erkältungsviren zu schützen, jeden Freitag gibt es eine neue Aufgabe. Dies ist die dritte mehr zum Thema in Spiegelwissen 6-2017 Hachi So bleiben Sie gesund Was man über Viren und Bakterien wissen, muss Inhalt Spiegelwissen im Abo Jeder weiß, dass es nicht günstig für die Gesundheit ist, ständig in zu warmen oder trockenen Räumen zu sitzen. Denn je stärker die Schleimhäute in Nase, Mund und Rachen austrocknen, desto leichteres Spiel haben Erkältungsviren. Eif, typeof-adi, gleich undefinit, adi.adi, outstream, Eif, typeof-adi, gleich undefinit, adi.adi, Mitte unterstrich 1 Deshalb geht es bei den Übungen in dieser Woche darum, sich einmal darüber Gedanken zu machen, ob zu Hause, wo wir uns im Winter ja tendenziell viel aufhalten, eigentlich ein gesundes Raumklima herrscht. In dieser Woche bekommen Sie eine Checkliste, mit der Sie Ihre eigene Wohnung dahingehend prüfen können. Nehmen Sie sich eine halbe Stunde Zeit für diese Mini-Inspektion in Sachen gesunde Raumluft. Folgende Punkte sollten Sie beim Raumklima zu Hause immer beachten. Kein Raum braucht wärmer als ein und 20 Grad zu sein. Stellen Sie den Thermostat auf diese Temperatur ein. Zu Hause im Pullover herumzulaufen oder unter dicken Decken zu schlafen ist besser, als sich wie im Sommer in T-Shirt und Flipflops zu bewegen und dafür die Räume zu überheizen. Lüften Sie wenigstens zweimal am Tag, indem Sie alle Fenster kurz ganz öffnen. Kühlen Sie das Schlafzimmer oder nicht genutzte Zimmer nicht unter 18 Grad, irgendwann wird es zu eisig. Wie sieht es mit der Luftfeuchtigkeit aus? Ist die Luft zu trocken, also geringer als 30 bis 50 Prozent? Dann besorgen Sie sich für die wichtigsten Räume Luftbefeuchter. Tragen Sie warme Socken zu Hause. Trinken Sie zu Hause reichlich Wasser oder Tee, um die Schleimhäute feucht zu halten. Eif Type of Adi Gleich undefinit Adi.ad Mitte unter Strich 3 Wenn Sie in Ihren Räumen zwei oder drei Schwachpunkte finden oder auch in Ihrem Kleidungsstil, dann versuchen Sie in dieser Woche, diese zu verändern. NL2GO Border Top 3PX Double Raute E6 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 Border Bottom 3PX Double Raute E6 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 Petting 15PX0 Margin 20PX0 Admedia Skin End MaxVid 480PX NL2GO Border Top 4PX Solid Raute ECC Border Bottom 4PX Solid Raute ECC Margin 20PX 5PX Ständig verschnupft durch den Winter Mit dem 8-Wochen-Training von SPIEGEL Online und SPIEGEL Wissen lernen Sie, sich besser gegen Erkältungsviren zu schützen. Jeden Freitag gibt es eine neue Trainingsaufgabe zur aktiven Stärkung der Abwehrkräfte und zur Minimierung von Ansteckungsrisiken Bestellen Sie direkt hier Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des Spiegel Verlages und der Manager Magazin Verlagsgesellschaft zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen per E-Mail Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen Alle Newsletter wichtig, gucken Sie auch in dieser Woche, dass Sie jeden Tag kurz an der frischen Luft sind und sich regelmäßig die Hände waschen Maren Amini, Spiegelwissen entspannter durchs Leben, Alltagstrainings für ein besseres Leben